Mein Name ist Safrina Benner und ich bin Senior IT-Consultant im Großprojekt Meldewesen. Das Meldewesen umfasst alle statistischen und aufsichtsrechtlichen Meldungen, die eine Bank erstellen muss. Dabei speist es sich aus allen Produkten, die eine Bank auf dem Markt begibt. Zusätzlich kommen dann noch Partnerdaten und Risikodaten hinzu und befüllen damit unsere Standardsoftware. Ein Bewerber sollte mitbringen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Banken-Know-how, gerne auch Bilanzierungserfahrung nach HGB und IFRS und Erfahrung in der Datenbankmodellierung. An außerfachlichen Fähigkeiten sollte ein Bewerber mitbringen Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Eigenverantwortung und einen hohen Grad an analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten. Wir haben ein gutes Teamgefühl. Bei uns muss jeder so seinen Überblick haben über alles das, was Meldewesen ausmacht. Und darüber hinaus hat bei uns jeder noch so sein Spezialgebiet, wo er dann auch Detailwissen zusteuert. Und Meldewesen funktioniert nur als Team. Aufgrund der wachsenden Meldeanforderungen für die IPEX als auch Aufbau eines aufsichtsrechtlichen Meldewesens für die KfW-Gruppe suchen wir derzeit nach Unterstützung sowohl im IT-Bereich als auch im Fachbereich Rechnungswesen. Ich arbeite gerne bei der KfW und vor allen Dingen im Bereich Meldewesen, weil es kein 0815-Job ist. Meldewesen ist nicht so trocken, wie es vielleicht von außen den Anschein hat. Im Meldewesen steckt ganz viel Bewegung und Dynamik. Es bieten sich ständig neue Herausforderungen, an denen man sowohl persönlich als auch fachlich wächst. Meldewesen